hallo hier ist martin von mannemankees dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 22.09.2022 und unser dachs hat ein bisschen luft geholt er hat sich mal aus seinem wässerischen aus seinem tiefen tauchkurs raus getraut und mal etwas luft geholt das ist vollkommen okay wir hatten gestern darüber gesprochen dass er dass er auf jeden fall dass man damit auch rechnen muss dass er erholung gibt haben uns das angeguckt ich habe heute ein bisschen die die kommentare vermisst ich muss es wirklich sagen ich habe sie schon wirklich vermisst denn weil wir hatten ja gesagt wenn wir müssen wir auf eine ebene runter gehen eigentlich wollte ich zu euch erst mit euch das hier auf tagsebene machen aber wir hatten ja auf der ebene gesagt wenn er gleich runter zieht dann geht er hier noch mal was runter bis bis 14 800 aber wenn er gleich hoch drückt und gleich hoch zieht dass er dann eben hoch bis 2 73 50 und vielleicht sogar 4 60 gehen kann ich habe heute wirklich schon die die kommentare vermisst nach dem motto ja ist ja gar nichts nach unten gegangen er war ja wieder total scheiße die analyse aber egal wir können auch auf der ebene anfangen hier ja das war das was wir gestern gesagt hatten ich bin davon ausgegangen dass insbesondere dieses anziehen zum abend durchaus potenzial hat unseren dax nach unten eher zu befördern zum start und dass wir einen schwachen start bekommen damit habe ich eigentlich gerechnet dann ist aufwärtskipp ist ok aber dann hätte sich zügiger nach unten drehen müssen und das hat er nicht getan der hat sich da echt lange und wacker gehalten wir haben ihm dann hier oben einen short auf die brust gedrückt bei 350 den haben wir leider den hat uns leider rausgenommen das ist sehr verdächtig gewesen wieder so ein typischer ein punkt stop loss raus wenn wir das bei uns im dienst haben das passiert immer an komischen stellen manchmal das wirkt hinten raus immer ein bisschen ein bisschen konstruiert auch unsere ta's wo wo gerne mal um einen punkt plus dass die limit order verfehlt wird das sind häufig punkte die ganz lange nicht mehr gesehen werden deswegen bin ich sehr gespannt wie jetzt der mittwoch wird wir sind jetzt einen tag nach also wir sind jetzt zwei tage nach unten hart nach unten wir sind einen tag hart nach oben konsolidiert das kann durchaus sein dass der den mittwoch jetzt wieder komplett den ganzen tag nach unten durch leiert also das ist wir sind ja raus wir sind ja raus aus der range wir sind erstmal nicht mehr in der range drin und da muss man auch vorsichtig sein dass man nicht zu sehr jetzt wieder in dieses range und alles raus kaufen uns rückkaufen verhalten reinkommt das kann natürlich kommen das würde ich jetzt gar nicht außen vor lassen aber erst mal sind wir draußen und solange der jetzt hier noch draußen ist gilt für mich jetzt erstmal der ausbruch als als aktiv und auch noch als noch gültig und die rücklaufziele dass er rückläufe macht das war jetzt so gesagt war auch erwartet wir haben gesagt bis 64 ist vollkommen legitim kann er von dort wieder runter drehen und sich rücken schmeißen kann aber auch noch 350 kann aber auch bloß 270 werden so jetzt da haben wir kann man so sagen auf der 350 gedreht bei 395 hatten wir uns hier über dem über dem tag ist hoch vom montag abgesichert den hat er uns rausgeboxt den den short 350 rein 395 hat er uns rausgezerrt sehr ärgerlich jetzt haben wir vor allem wenn er jetzt nach unten loszieht eigentlich gut gesehen aber hat nicht gehalten hat mich aber gut okay das ist jetzt so ich würde ich könnte mir das trotzdem gut vorstellen also mein kerngedanke auch warum wir dort zum beispiel den short platziert hatten war eben einfach auch dass er in dem moment wo er jetzt hier an der 350 dreht durch das halt auch wieder runter kann das muss nicht sein dass er unbedingt jetzt schon neues tief schafft es kann auch sein dass er zum beispiel das gäbe zu macht und sich von 15 110 dann wieder nach oben arbeitet und noch das zweite rücklauf ziel abarbeitet dann wäre das so eine typische abc korrektur dann hätte man 22 also zwei trenntage nach unten zwei erholungstage und dann auch wieder abfahrt wäre auch legitim aber ich sag mal so wenn er jetzt zum mittwoch nach unten arbeitet würde ich ihm jetzt eher auf der short seite das geben weil wir sind grundsätzlich unter der mensch wir sind raus wir haben haben alles gebrochen was zu brechen gibt insbesondere aber diese politische flacke eben nach unten gebrochen das heißt wir haben ein politisches trendfortsetzungsmuster regelwidrig gebrochen und das ist eigentlich schon übergeordnet als trend umkehrsignal zu werden also das was hier oben passiert ist aber haben wir auch im tageschart gesehen da sind tiefere tiefs jetzt drin und so weiter und so fort deswegen würde ich schon sagen wenn er abkippt erstmal short auf jeden fall runter zu wäre das für mich der fokus ich würde an der 15 110 dann wie gesagt ein bisschen aufpassen die kann gut nach oben arbeiten das heißt wenn man hier irgendwo noch schutz drin hat oder wieder aufgesammelt hat oder wie auch immer wäre das ein interessantes niveau um einen teilverkauf zu ziehen um sich einfach abzusichern für den fall der fälle der drückt sich dann wieder hoch und dreht wieder hoch so der bereich zwischen 15 160 15 110 das wäre so die zone wo man sagen sollte okay da vielleicht mal besser ein bisschen was mitnehmen ein bisschen was rausnehmen für den fall der fälle der dreht sich von dort nochmal hoch weil das würde jetzt auch es würde jetzt auch ein bisschen reinpassen aber der kann halt auch genau durch dann deswegen würde ich nicht sagen also da auf jeden fall alle alle shorts raus und alles auf long rein das würde ich dort nicht sagen nein nein ich persönlich würde mir dann schon einen short plus im teilverkauf eben ausdünnen und den rest probieren liegen zu lassen weil im zweifel dass ich vorhin gesagt habe ganzen tag erholung jetzt den ganzen tag wieder trenntag das ist nicht so abwegig in so einer bewegungsphase das kann durchaus so kommen und würde ich deswegen auch ein bisschen im hinterkopf behalten und mir einfach mich einfach zur absicherung vor kurzrisiko nach unten machen ja die großen markt teilnehmer jetzt auch so die irgendwo depots verwalten und führen in dem moment wo der markt wieder anfängt wegzubrechen wegzudrehen dann wird dann eine absicherung einfach reingekauft hat und sich irgendwo ein bisschen dass das kostrücksetzung potenzial einfach zu 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 abzumildern halt damit einem das nicht das ganze depot weghaut weil so diese 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 grundtheorie die gerne vertreten wird dass sie dass die ganzen fonds und 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 vermögensverwalter dann alle aktien verkaufen und sowas das ist ja eigentlich nicht so ne die behalten diese sitzen ja auf der kohle das einzige was die dann gegebenenfalls machen sind irgendwo vielleicht mal absicherungsgeschäfte so ok ja das soweit die unterseite oben denke ich ist es auch relativ klar was passiert wenn unser dax nicht nach unten arbeitet was passiert wenn unser dax hier gar nicht großartig unter der 280 270 rum hantiert sondern sich vielleicht sogar zur eröffnung wieder hoch dreht dann geht die erholung erstmal weiter wir haben ein gap close zum donnerstag der liegt bei wo ist das schlussniveau das schlussniveau ist bei 15.510 hier liegt noch ein offenes gap an die a4 65 ist eine sehr interessante kante die 15 und die 600 ist für mich so ein bisschen so dieses wäre einfach typisch für den dax wäre so 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 übertrieben halt in der erholung wo dann schon viele wieder sagen naja jetzt geht es aber auf allzeit hoch und in wirklichkeit wird eigentlich bloß diesen channel von unten noch einmal andütschen diese alte bullenflagge und sich abstoßen das wären so für mich punkte wo ich sagen würde da würde ich auf jeden fall gucken wenn eine rote stundenkerze kommt dann darf man sich dann short reinlegen dass das fände ich legitim das würde ich selber gegebenenfalls auch so machen an der stelle und er würde daher einfach insbesondere darauf achten aber trotzdem wenn er stärke zeigt wenn er nicht zeigt dass er abdrehen und abkippen will dann lassen wir ihm das was man gestern gesagt hat wenn er oben wenn wenn er nur hoch zieht und wenn er hier sich rüber drückt dann geben wir ihnen den raum für die erholung und die die erholung kann eben volatil ausfallen so wie wir runter volatil sind so ist auch die erholung das ist ganz klar das kann auch nicht anders sein wenn es runde zu rappelt wie 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 hole dann kann man nicht erwarten dass eine erholung bloß 50 punkte ausmaß hat wenn es 800 runter ging das passt nicht das geht nicht na also dass das ist schon vollkommen in ordnung das ist auch nicht übertrieben bullisch wir gucken zwar gleich in den target start ab wann wird es bullisch werden ne aber fakt ist es ist stand jetzt erstmal ein rücklauf er ist in ein erwartetes erholungs ziel reingegangen und dreht er sich jetzt wieder weg kann von einem tieferen tief ausgehen von einem tieferen hoch ausgehen auch durchaus wieder ein tieferes tief ausgebildet werden ja also von daher würde ich schon sagen unterhalb von 270 280 für die shortbrille aufsetzen ja und hier oben ansonsten zeigte stärker drückt er sich ein bisschen hoch dann mir noch die einzelnen stationen hier angucken die 450 ist mir nicht ganz so wichtig die 430 werden mir wichtig für 65 die 5 10 da dass es gäbe und die 600 so als ich sag mal wirklich kotzreiz marke weil das ist so hoch stand hier unten wird keiner gesagt habe ich steige erst bei 15.600 ein da liegen eher stop loss und von daher das wäre für den dachs halt es wäre für den dachs halt nicht so ungewöhnlich sag uns mal so wenn der da einfach noch ein bisschen größeren schlenker steckt so fakt ist aber ich bleibe trotzdem dabei wir sind erstmal raus wir sind auch aus dem tagesband glaube ich rausgeblieben wenn ich das jetzt so richtig richtig vermute ja ist jetzt noch aus dem band raus wir hatten so was schon mal hier erinnert euch da war er auch noch draußen haben wir auch gesagt der nächste tag wird entscheiden wenn er nach unten treibt dann kann er definitiv weiter kann in die übertreibung rein und weiter runter laufen soll ich jetzt zwinker zwinker machen oder das auch kurz erklären aber ich glaube ja wir können ja offen sprechen naja also ihr seht ihr seht den vergleich wir sind hier raus aus dem band gegangen dann kam eine karten eine erholungskerze rein an das band das ist genau die gleiche situation wie wir sie auch jetzt haben auch jetzt haben wir eine weite kerze die aus dem band raus ging wir haben eine anschließende erholungskerze die bis ans band ran ging und für mich ist auf der ebene jetzt tatsächlich wichtig dreht er sich jetzt wieder nach unten drückt er sich runter dann kann ich mir den tagesstoß unterhalb von 15.180 sehr gut vorstellen zum mittwoch ja und das würde schon ihm raum auch geben dann den tag halt auch nach unten durchzutreiben da würde ich schon ein bisschen aufpassen wenn das wenn der wenn der sich wieder schwach zum mittwoch zeigt das kann das kann er den ganzen tag durchschalten da muss man schon ein bisschen aufpassen jetzt weil der ist halt raus da ist da raus der ist aus der flacke raus der ist aus der range raus der hat ein tieferes tief drin stehen da muss man schon ein bisschen aufpassen so machte das aber nicht und arbeitet nur nach oben wie ein bekloppte und jetzt wird vielleicht auch ein bisschen klar warum man dann vielleicht auch einen long probieren könnte in die erholungsziele noch ein weil wir sehen das ja hier also die kerze war dann die kräftigste von allen überhaupt und ich sag mal wenn er das in die richtung macht dann hätte er hier ein bewegungsziel was tatsächlich um die 15.847 liegt wenn er das ähnlich wieder spielt und von daher würde ich schon würde schon aufpassen in dem moment wo wir drüber gehen und ihm oben raus er die in die erholungsziele rein betrachten und dort halt wirklich ganz genau gucken short ja wenn dort rote kerzen kommen aber auf keinen fall in grüne kerzen dann reinhalten für mich hat jetzt erst mal noch der aktive ausbruch vorrang dennoch ist das risiko da dass das alles ausgekontert wird ich sehe das noch nicht aber das risiko ist einfach da und deswegen sollte man es mit beachten mit einkalkulieren in die trade planung in die setup planung und dann dann kann es einen zumindest überraschen und in die insolvenz schicken oder keine ahnung ich mache hierzu wünsche euch viel erfolg zum was haben wir denn eigentlich zum mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin gutes gelingen ciao hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020